So, heute geht es wieder los. Magnetfische. Neue Brücken, neues Glück. Vielleicht auch nur neue Brücke, wer weiß. Auf jeden Fall starten wir hier heute. Frische Magneten. Der andere ist leider abgekackt. Der ist mir backen geblieben am Tresor. Und neues Seil. Zwei Tonnen reißt das Ding. Alles wieder von Magneta. Auch das Seil ist auch von Magneta. Kann man hier ganz gut erkennen. Wie gesagt, soll zwei Tonnen halten, der Schnüffel. Da wollen wir mal gucken. Da unten haben wir schon wieder so eine Rattenfalle. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir uns da nicht drinnen verheddern. Ansonsten wünscht mir Glück. Ich gebe Gas. So, das war der erste Wurf. Den ziehen wir erstmal so ein bisschen am Rand lang. Wir haben auch den langen Jan dabei. Den habe ich euch ja schon vorgestellt. Ob wir da hiermit großartig was anfangen können, ist die Frage. Werden wir denn sehen. So, hätte wir da schon was? Hätte wir was. Auf jeden Fall haben wir schon was für... Und das hier, das könnte ja was anderes sein. Ich schrubbel mal eben. Das hat sich aufgelöst. Das ist gar nichts mehr jetzt. So. Es ist nicht besonders tief hier. Runden am Grund merke ich, dass da Steine sind. Das hakt schon wieder wie verrückt. Na ja, wie ihr das selber kennt, wenn ihr auch im Fischen seid, Steine können echt ätzend sein. wieder was dran, aber wieder nur Kleinkrams, alten Nagel, jede Menge Schrott. So, aber schon hängt er, entweder hängt er am Stein, oder er hat was gefunden, wo eher ein Stein gewesen ist. So, wie gesagt, Steine sind echt immer ätzend. Ich schmeiß trotzdem gleich nochmal an der gleichen Stelle hin, wer weiß. Scheint auch was dran zu haben. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Zieh mal hoch. Jo. Volles Programm. Aber was ist das? Das ist jetzt wieder die Frage. Was ist das? Das sind große Unterlichtscheiben. Das hier könnte mal ein Winkel gewesen sein. Das hier ist schon ein bisschen massiver. Schrubbeln wir mal. Wer weiß. Ne, ist total massiv. Das war mal ein Bolzen. Auch ein Bolzen und eine Mutter. Und das hier ist wahrscheinlich wieder eine Baustahlstange. Auf jeden Fall ist das eine Eisenstange. So. Direkt weg. Gleiche Stelle nochmal. Dann wollen wir gucken, wo er dran gehangen hat. Ob das tatsächlich ein Pfund ist oder ein Stein. Haben wir schon wieder, dass wir merken, dass er zieht. Aber ich glaube, ich ich glaube, ich hätte da was dran. Aber guck mal hier. Das hier auf einmal viel Ölfilm ist. Seht ihr das? Diesen Ölfilm hier. Ganz merkwürdig. Ölfilm ist immer scheiße. Ja, da haben wir auch schon wieder was. Es war schon wieder so ein Mauerhaken hier. Leider habe ich schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Das könnt ihr euch sicherlich erzählen. Das hat einen ganz lustigen Namen. Aber ich vergesse ihn immer. Guck mal hier. Wieder so ein Mauerhaken. Auch da. Irgendwas mit K. Glaub ich, oder? Irgendwas mit K. K. Kartusche? Ne, Karusche. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin auch so eine Nase. Aber ja. Auf jeden Fall hat sich an dieser Steinkante, haben wir ja gesehen, eine ganze Menge gesammelt. Und das haben wir jetzt erstmal abgefischt an der Stelle. Ich glaube, da ist auch jetzt nichts mehr. Ne, schaut mal her. Da ist nichts mehr. Nur noch wieder Müllkrams. Ab in Eimer. Ab nach Mampfi. Ja, was ich gerade erzählt habe, dass ich meinen anderen Magneten, meinen anderen The Beast, an einem vermeintlichen Tresor verloren habe. Der ist da drinnen hängen geblieben und abgerissen. Das Seil ist abgerissen. Ich habe alles probiert. Dieses Video kann ich euch leider nicht zeigen, da das eine Überraschung für euch ist. Und leider erst, guck mal hier. Hier, seht ihr das hier? Und leider erst im, das kann ich euch leider erst im Mai zeigen, das ist ein Zigarettenanzünder vom Auto. Haben wir hier ein Auto? Kann sein. Auf jeden Fall haben wir schon mal den Zigarettenanzünder, der ist schon mal da. Ab nach Mampfi rein. Den Zigarettenanzünder haben wir am Start. Dieserweise hat mich hier einer hergeführt in die Ecke und hat mir erzählt, dass ein Fahrel im Hammerweg, da war ich nämlich gerade, eine Brücke ist mit jeder Menge Pfunde und dass auch jede Menge Scheiße rumliegt und laber, laber, laber. Aber entweder bin ich zu doof, um eine Postleitzahl und eine Straße abzufahren oder ich bin hochgenommen worden. Auf jeden Fall habe ich nichts gefunden, auch wieder nur Müll. Schletzt mir mal Mampfi ein bisschen näher ran, dann kann ich das alles ein bisschen adiquater hier reinschmeißen. So, zack, ja auf jeden Fall bin ich da lang gefahren, wie ich der Fester mal mache, wenn ihr mir Tipps gebt und das ist von mir in der Nähe, bin aber leider böse enttäuscht worden, war nur eine Sackgasse, keine Brücke und auch sonst nichts. War also eine ganz ätzende Geschichte. Deswegen werde ich in Zukunft das noch alles ein bisschen mehr prüfen, bevor ich irgendwo hinfahre, war, weil ich das natürlich nicht korrekt finde. Jede Menge magnetischer Steine, aber wirklich unendlich viele. Hätte ich ja schon wieder jede Menge Kleinkombs gehabt. Wir haben auch eine neue Kamera am Start. Die sollte eigentlich wesentlich bessere Bilder machen. Ich bin gespannt, was das denn noch wirklich so ist. Jetzt sind wir auch einfach nur so trottelig, die anzuwenden. Das Seil hier ist eigentlich ganz geil. Einzige Problem ist, ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, da das ein bisschen störrischer ist als das andere. Es hat quasi ein Außenseil, ein Innenseil und ist dann auch so ein kleines bisschen schlechter von Handhabung her. So ein kleines bisschen übel. Aber, hier sind die stabiler eben, das Ding. So. 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 So rein. So. Ja, weil es alle nicht so zieht, wenn du noch was hast. Hier eine Menge Kleinkroms dran hier. Oh, guck mal hier, Fahrradkette. Das Fahrrad ist also nicht weit. Das hätten wir jetzt nicht so gemacht. Dann werden wir jetzt gleich nochmal unten schwenken. Aber jetzt werde ich erstmal das Teil hier hochholen, wo ich denke, das ist Metall. Und es ist Metall, weil wir machen ja auch die Brücken sauber hier, ne? Wir labern ja nicht nur, sondern wir machen das auch. Könnte zu dem Teil gehören, was du gerade rausgeholt hast. Ja, ich weiß nicht. Könnte vielleicht der Boden sein, ne? Ja, zum Material her. Könnte vielleicht der Boden sein. So wie wir hier sehen. Also wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal unter die Brücke werfen. So, jetzt haue ich noch ein paar unter die Brücke. Um zu gucken, ob vielleicht unten drunter was drunter gespült ist. Also irgendwas, irgendwas hat er da. Ja, aber er hat sich nicht richtig festgeschnüffelt. Also nochmal wieder hin, das Ding. Das war eigentlich das Heime-Fach hat er da sucht. Das weiß man nicht, das kann sein. Und? Denkst du? Da war nix. Da war nix. Irgendwo ist er gerade dagegen gekommen. Kann auch ein Stein gewesen sein. Aber wir werden es gleich sehen. Na ja, irgendwas ist da. So ein paar Autoteile haben wir ja schon. Vielleicht hast du ja jetzt... Die Wettner-Zünder hatten wir, ne? Ja. Eine Schublade, wenn es einer ist. Also irgendwas ist da definitiv. Kann aber auch wieder zur Brücke gehören, weil... Das bewegt sich nicht ein Zentimeter. Das bewegt sich nicht ein Zentimeter. Zack, ich kann den Magneten so wieder... Das ist schon wieder ganz gut. Weil ich nochmal hinschwingen kann. Das ist ja gleich wieder entflogen. Nochmal hinschwingen kann. Zack. Vielleicht muss ich mich gleich mal kurz an den Rand stellen. Muss da mal checken, ob ich das da irgendwie gepackt kriege. Auf jeden Fall fühlt sich das schon wieder alles sehr komisch an. Ich bin mal nach unten. Ich check mal unten ab. Soll ich das festhalten? Ja. Das Wasser war auch die letzte Zeit deutlich höher. Wie ihr das hier so sehen könnt. Irgendwas ist da drinne. Aber wir kriegen das nicht gerissen. Steckt tief drin, meinst du? Da steckst du tief drinne, das kriegen wir nicht raus. Entweder gehört das zu der Umrandung hier. Dass da schon wieder irgendwas dran ist. Magneten wieder ab? Magnet ist ab, ja. Aber das ist wahrscheinlich ein Fahrrad. Guckt mal hier. Warte. Zack. Das sind Teile von der Kette. Hatten wir gleich den Eimer. Könnte ein Fahrrad sein. Pass auf, nicht, dass du abrutschst. Keine Chance. Keine Chance. Aufgestanden. Einmal probieren wir das jetzt noch. Und dann werden wir mal, dann werden wir mal unsere andere Waffe herholen. Hier, den Dang Jan. Kommst du da mit dran? Da komme ich mit dran, ja. Ja, nicht, dass du da abrutschst. Dann will ich mal gucken, ob ich den Dang Jan irgendwie einsetzen kann. Wollen wir mal gucken. Aber jetzt zum Beispiel bin ich voll dran. Und ich krieg den, kann gezogen, aber seht ihr, zack, also das hängt elendig tief im Matschstil. Also wir vermuten, dass es ein Fahrrad ist. Wir werden mal unsere Geheimwaffe herholen jetzt und wenn das da nochmal mitprobieren, machen wir eben auf Stopp. So, hier hätten wir den Lang Jan. Den basteln wir jetzt nochmal wieder zusammen. Unten dran haben wir Terror, somit wir auch ein bisschen Bums haben. Hier stecken wir ihn jetzt ganz einfach zusammen. Zack. Nächste. Ja, das sind drei Meter, ne? Das ist schon eine ganz schöne Länge. Kommst du da wo rein, du Sau? Kannst du es natürlich auch umständlich machen. Zack, so, jetzt haben wir den Burschen. Jetzt müssen wir unten eben gucken. Wie gesagt, wir haben drei Meter jetzt hier. Deswegen gehe ich jetzt noch unten. Wir müssen eben immer schön gucken, ob der auch fest ist. Der ist bombenfest. So, jetzt haben wir hier den langen Jan am Start. Der ist wirklich lang. Guck mal hier. Drei Meter ist das Ding lang. Den können wir schön zum Böschungsfischen nehmen. Beziehungsweise man kann den auch schön, guck mal hier, im Schlamm reindrücken. Seht ihr das? Das kannst du natürlich mit dem Seil nicht. Aber mit den langen Jan. Zack, ist er weg. Guck mal hier. Und schon haben wir ihn wieder draußen. Abspülen. Wie neu. So, aber jetzt gucken wir, ob wir das Teil kriegen hier. Ich habe gerade sagen, schmeißt den nicht an. Also, ich merke da was. Warte, ich gehe mal ein bisschen anders. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier haben wir extrem viel Schlick. Nicht, dass wir gleich abrutschen. Also, ich merke das Teil. Aber es ist definitiv zu schwer zu bergen. Weil das im Matsch hängt. Ich habe hier auch keinen Halt. Guck mal hier. Jetzt haben wir den langen Jan hier am Start. Nein, kriegen wir nicht raus. Wir gucken hier nochmal am Rand jetzt. Hier können wir einen schönen Matsch reinhauen. Ob hier irgendwas ist. Steine, ne? Alles voller Steine hier. Ne, leider nicht. Leider waren wir nicht erfolgreich. Leider kriegen wir das Teil nicht raus. Ich probiere es jetzt gleich nochmal, ohne dass ihr dabei seid. Ein, zwei Mal mit Magneten. mit einem Seil zum Reinwerfen. Und dann gehen wir auf der anderen Seite. Der Pekki da. Ne. Das ist magnetisch. Das ist Aluminium, Süße. Das musst du, das musst du nochmal eben wegholen da. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jetzt geht das hier weiter. Einfach gucken wir, wie du das sein hast, und das ich jetzt abkriege. Das Teil hier drüben habe ich nicht rausgekriegt. Perne Chance. Dann brauchen wir entweder einen stärkeren Magneten für. Oder, weiß ich auch nicht. Fünf Stunden lang rütteln und schütteln vielleicht, aber so geht das dann nicht raus. Ja, und zu matschig. Wir können doch nicht unter die Brücke gehen. Ne. Was haben wir hier? Kronkorken. Kronkorken und Schnickschnack. Ja, hier ist es wieder heftig mit den magnetischen Steinen. Die sind hier wieder überall. Schon oft erzählt worden und schon oft dokumentiert worden. Das könnten schlacke Steine sein oder sonstiges. Meteoriten werden es nicht sein. Auf jeden Fall in den seltensten Fällen. Ja, eigentlich haben wir ja ständig was an Magneten heute. Problem ist nur, dass es scheiß uninteressant ist, immer nur so Steine rauszuholen. Deswegen machen wir jetzt gleich eben auf Stopp. Einwurf mache ich noch. Und dann wollen wir mal gucken. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier was am Start haben. Aber es fühlt sich nicht so an. Deswegen machen wir jetzt auf Stopp und es geht gleich weiter. So, weil der Geider hat. Leider hänge ich hier öfter irgendwo dran. An irgendwelchen Steinen oder weiß ich was. Fühlt sich immer an, als wenn ich was habe. Habe ich jetzt auch gedacht. Ist aber nichts. Ist wieder nur Steine, Steine, Steine. Man kann mich hier mal eben rüberholen. Aber irgendwas habe ich da vorne gefühlt. Kann aber auch angehen, dass das was mit dem Unterbau dieses Teils da zu tun hat, wo die da Steine ist. Aber das werden wir gleich sehen. Irgendwie habe ich da was gefühlt. Aber das hat wahrscheinlich was mit dem Unterbau von diesen Teilen da zu tun. Das ist ein Rohr. Und ja. Und den Rest sind wieder nur Steine, Steine, Steine. Ich probiere trotzdem gleich nochmal ein bisschen dichter da ran zu werfen. An die Geschichte. Also echt, es ist ja Unmengen an Steine. Habe ich mal so ein bisschen dichter dran geworfen und ziehe da nochmal einen lang. Ist gediegen, aber ist so. Hätte wenig Glück hier an der Brücke. Da haben zwar dauernd Wassermagneten, aber jetzt nichts unbedingt recht. Da ist er wieder voller dieser ganzen Steine hier. Verrückt, ne? Alles voller dieser komischen Steine. Ich schmeiße ihn noch ein paar Mal drunter jetzt, aber ich mach mal erst mal aus wieder. Geht gleich weiter. Scheiße, Mann. Ich könnte hier kotzen, ey. Wirklich. Oh. Mann, 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 Mann. Warte. Du musst einmal am Seil rütteln, dass es einmal runter... Da vorne hängt es an dieser... Am Gel... Ja, genau. So, von hier aus kriegst du ihn ab. Jetzt seh ich mal. So, auf jeden Fall hätten wir zu dem scheiß Klong auch noch wieder den scheiß Magneten jetzt dran. Ich versuche mal, den Magneten abzuziehen. Ich muss erst mal gucken, wie der da überhaupt liegt, die Sau. Siehst du das? Liegt genau da drauf. Ja, vielleicht haben wir Glück, wenn ich das mit einem Ruckmach so wie sonst... Warte, warte, warte. Ich muss einfach kurz... Ja. Ich gehe hier weg. Oh, ne Scheiße, ey. So. Ja. Ja. Haha. Habe ich doch gemacht. Wir haben es geschafft. Der Daktor nimmt mich so gut drauf, dass... Tja, was sollen wir sagen? War leider bis jetzt nicht ganz so viel. Deswegen... Gehen wir jetzt nochmal rüber. Und versuchen an der anderen Stelle, das ist vermeintlich hier, keine Ahnung was das ist, rauszuholen. Ich probiere es jetzt gleich nochmal drüben. Also seid gespannt. Hier ist auch definitiv was, aber auch schon wieder unten. Das ist so tief drin, ist schon wieder das... Dass der Magnet einfach drüber wegrutscht. Und man quasi überhaupt gar keine Chance hat, das rauszukriegen. Ich glaube zwar, dass das hier was mit zu tun hat, mit diesem Bauwerk hier. Weil das hier überall die ganze Schiene lang so ist. Tja. Hät wie nix. Kommt bei Mampfi rein. Und wir gehen wieder rüber. Ist das dran? Jo, wir haben was dran. Das zerlegt sich gerade, das Teil da. Guck mal hier. Das ist definitiv ne Fahrradfelge. Also, weiter geidert. Aber das ist so tief im Schlamm drin, das ist nicht rauszukriegen. Vielleicht ist das ja auch die Brücke hier, die mir der junge Mann da vorgeschlagen hat, aber keine Chance. Man kann nicht reißen und rocken und machen und tun, wie ich will. Da bewegt sich nichts, gar nichts. Das haben wir auch schon mit dem Haken probiert, auch mit dem Haken kriegen wir nichts. Keine Chance. Ah, fuck! Jetzt hat sich der Magnet auch noch verhaken. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Ja, der Magnet ist fest, keine Chance. Kriegen wir nicht raus. Ich probier den mal von unten rauszuziehen jetzt. Ja, der Magnet hängt fest, aber bombenfest. Keine Chance. Alter Schwede, ey, was? So eine Scheiße, ey. So eine Scheiße, das macht doch keinen Spaß, echt nicht. Oh, Mann, ey. Mach mal auf Stopp, bitte, Süße. So, was hat sie wieder hier? Große Scheiße, der Magnet hängt bombenfest. Kriegen wir nicht ab, die Sau. Was bleibt uns denn anderes übrig? Anhänger abkuppeln. Seil verlängern. Seil verlängern und versuchen, das Scheißding zu bergen. So, mit was verlängern wir das Seil denn jetzt mal, dass es auch wirklich hält? Nehmen wir ihn hier. Das ist nämlich das, wo der andere Magnet, guck mal hier, uns bei verloren gegangen ist. Bei der Überraschung, die wir euch hier mal präsentieren, vorher geht das leider nicht. Ja, so werden wir das machen. Wir werden das jetzt mit diesem Seil rausziehen. Drücken mir die Daumen, dass wir das hinkriegen. Ich werde das hier ein bisschen länger dran machen, damit ich ein bisschen Grip kriege auf die Straße. Und meine Frau wird sich hinter dieser Stange da vorne stellen, die da vorne ist, damit das Seil nicht zurückflipsen kann. Und wird euch dann die Geschichte hier filmen. Filmen wollen wir das, dass wir das fucking Teil da wieder rauskriegen. Ach Leute, echt. Schreibt mir mal, wer von euch schon alles so eine Scheiße hatte und hat die Magneten verloren. Beziehungsweise dann doch wieder bergen können. So. Ich hoffe, das ist fest genug. So Süße, du musst dich hier vorne hinter diese Aluminiumstange stellen, damit wenn das Seil flipst, du es nicht abkriebst. Dann haut das nämlich gegen diese Stange. Und dann kannst du dich am besten so weit... Jo, los geht das. Jooo! Da ist es ganz schwarz geworden. Jo, passt. Ja, meine Frau sagt, bis hier vorne haben wir das gezogen, eventuell, Magnet haben wir auch wieder, also werden wir jetzt gleich probieren, das scheiß Teil da raus zu kriegen, seid gespannt. So, jetzt haben wir es quasi ein bisschen mittig gezogen hier, dann haben wir auch was dran, und zwar einen halben Lenker, ne, Fahrrad ist das nicht, alter Schwede, was ist das denn, alter Schwede, das ist richtig massiv und ganz schwer, das scheint irgendwie ein Griff zu sein oder so, ja, super Michel, das ist irgendwas anderes, sauber machen, keine Ahnung, was das ist, das muss irgendwas, das muss ja auch schweine schwer sein, ich weiß, ihr denkt euch, ihr könnt ja so blöde sein, schmeißt seinen Magneten da jetzt wieder rein, aber ich will auch wissen, was es ist, ich würd's ja gerne raushaben, aber es ist anscheinend so schwer, dass man es irgendwie nicht rauskriegt. hier ist es auch nicht, ja, meine Frau sagt, dass das hier, dass wir das ungefähr bis da vorne gezogen haben, wir gucken mal. Wir gucken mal, wo das Teil sein könnte. Ist aber ja merkwürdig, oder? Normalerweise haben wir es ja schräg gezogen, dann müsste es ja auch irgendwo schräg sein. Also gerade ziehen wäre normalerweise schwachsinnig, aber wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich schmeiß mal ein bisschen weiter. Ja, ich bin weggeschubst. Entschuldigung. Tja, das kann nicht angehen, oder? Das verstehe ich jetzt auch nicht wirklich. Ich meine, es kann ja nicht nur dieses komische Ding gewesen sein, woran der Magnet festhängt. Ne. Und unter der Brücke hast du auch nichts mehr gefunden, als du es runtergebrochen hast. Ne. Da ist schon wieder was dran. Irgendwas hat sich da zerlegt unter Wasser. Guck mal hier. Wie gesagt, es hat einmal aufgeploppt und das Wasser wurde matschig. Komisch. Ja. Merkwürdig, ne? Das ist nur ein Bolzen hier. Seht ihr hier? Der zersetzt sich schon komplett. Mein Scheiß, ey. Was ist denn das? Wo ist das jetzt? Das kann doch nicht angehen, dass es jetzt weg ist. Das ist ja irgendwie verhexten Scheiß. Wir haben's. Wir haben's. Leute, Leute, Leute. Wir haben es. Was? Doch, tatsächlich so ein Drecksrad. Aber was für eins. Mit Fahrradkorb. Und rosa. Gucken wir mal, ob ich da an Land rennen kann. An das Bergen. Haben wir so einen Aufbriss gemacht wegen Fahrradkorb. Kann doch nicht angehen, oder? Kann doch nicht angehen. Was haben wir da denn noch? Der Rest noch Fahrrad. Ne, das ist kein Fahrrad. Ne. Das ist was anderes noch. Da müsste bestimmt noch mehr liegen. Ja, da werden wir gleich noch weiterfischen an der Stelle. Ich hab da auch was gemerkt noch. Aber erst mal kommt der Scheiß jetzt hier rein. Und wir werden gucken, ob wir das Fahrrad so bergen können. Jetzt ist es nicht besser am Rand, was? Ja, ja, ich versuch das, um an den Rand zu ziehen. Guck mal hier. Warte mal hier. Warte mal hier. Warte mal hier. Warte mal hier. Mit Kindersitz. Warte mal hier. So. Bleibt gespannt, wie wir holen den Scheiß jetzt raus. Und den schmeißen wir nochmal einen rüber, weil ich hab das Gefühl. Soll ich dich laufen lassen? Ja, lass mal laufen. Ich hab das Gefühl, dass da noch was gewesen wäre. Hofft und drückt mir die Daumen, dass das hier nicht so weich ist. Ja, deswegen sag ich eben. Auch wenn es die Schieße gebissen. Ja. 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 So, das ist das gute Stück hier, Schatz. Komm mal her. Jetzt zeigen wir dir das mal. So, das war die Drecksau hier, die uns hier den Stress gemacht hat an der Brücke. Und zwar seht ihr das hier. Hier, mit der Schale hier, hat er komplett im Schlick gelegen. Deswegen konnte man das nicht hochholen, weil das ja quasi alles voller Schlick war. Und dann war die Geschichte natürlich erledigt für uns. Jetzt werden wir das erstmal zum Anhänger bringen. Ja, hast du was? Zeig mal. Was ist das denn? Also irgendwas haben wir da noch mitgeschliffen mit der ganzen Geschichte. Was es auch immer ist hier. Könnte mal so ein alter Radnabendeckel, ne Radnabendeckel gewesen sein. Ist aber ziemlich massiv dafür. Hier haben wir noch so was anderes. Wie gesagt, da hat sich noch was zerlegt. Da muss was drauf oder drunter gelegen haben, was wir mitgeschliffen haben. Leider kriegen wir hier nichts mehr zu packen jetzt. Immer nur, ja. Ja. Hast du was? So, wieder was. Da hast du aber nur Klöder-Klorm. Ist auch nur ein Bolzen. Alte Blechdose, Müll. Müll kommt. Einmal noch. Einmal jetzt noch. Wenn ihr seid dabei. Habe ich jetzt schon bestimmt 20 Mal hingeschmissen, aber einmal machen wir jetzt noch. Jetzt ziehen wir den Magneten ein bisschen näher lang hier. So, was haben wir heute wieder gelernt? Leute, seid hartnäckig wie die Pitbulls. Festbeißen an der Scheiße. Rausholen den Rott. Und Spaß haben dabei. So, hier ist jetzt wieder nichts mehr. Jetzt machen wir es mal anders. Jetzt gehen wir mal ganz da vorne an der Ecke. Gehen wir mal vor, Süße. Ganz da vorne an der... Hast du das ausgemacht? Nein. Ganz da vorne an der Ecke. Wo wir den Scheiß rausgeholt haben. Und schmeißen da jetzt noch mal... Schmeißen da jetzt noch mal was drunter. Da haben wir jetzt noch mal Angler-Klorms hier. Guck mal hier. Aber das ist echt schon... Ja. Das ist jetzt schon durch. Fangen wir mal hier hin. Vorsichtig. So, und jetzt... Jetzt gehen wir hier noch mal hin. Checken hier noch mal. Und gucken, ob da jetzt alles raus ist. Ja, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Oh! Ist das los? Da hast du es gespürt noch. Da spüre ich aber noch was. Das ist gleich wieder. Jo! Und wir haben es. Ja? Na. Guck mal hier. Oh, was ist das? Werkzeug. Oh. Hammer. Ne, kein Hammer. Nein, Hammerwerkzeug. Nicht Hammer, Hammerwerk. Ne Schraubzwinge. Oh, guck mal hier. Ne Schraubzwinge haben wir da. Und noch mal irgendwie, weiß ich was. Ah, das schmeißen wir jetzt noch mal rein. Das schmeißen wir jetzt noch mal rein. Ja. Das räumen wir natürlich gleich noch rein. Ja. Stuh. Komm. Und da hätten wir noch was. Noch was. Das könnte eine alte Geldkassette sein hier. Das könnte eine alte Geldkassette sein. Ah, das schmeißen wir noch mal rein. Komm. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Über mich meckert er übrigens, wenn ich das mache. Einer geht noch rein. Nur was? Nur was macht? Ich anfange jetzt zu singen. Du sagst aber, ich singe falsch. Na. Weil ich denke mir dann irgendwelche Texte aus. Das liegen ja falsch. Ja, das ist ja dann halt mein Text. Freestyle. Ja, genau. Also gibt es nichts zu lachen. Also ich glaube jetzt haben wir die Ecke aber echt leer hier. Aber es war doch noch interessant, oder? Fahrrad, Werkzeug. Ich finde es gut, dass du das noch rausgeholt hast. Ja. Ich habe mir gedacht, das lässt du dir nicht gefallen. Du gibst jetzt alles. Aber wir haben jetzt nichts mehr hier drin, wie ihr seht. Dann geht es nur noch voll Dreck und Schmutz. So. Kamera zu mir. Guckt euch meine anderen Videos an. Klickst und immer. Alles und immer. Und. Schatz, du bist immer an die Checkliste erinnert. Du hast noch gar nicht gezeigt, dass wir heute alles gefunden haben. Ach, scheiße. Ja, die Checkliste. So, wir haben heute hier das am Rand rausgeholt. Ja. Dann ein Stück Fahrrad. Das Fahrrad haben wir da vorne. Ach so, der lange Jan liegt da übrigens auch noch. Der lange Jan liegt da auch noch. Dann haben wir hier Werkzeug rausgeholt. Die schöne fette Schraubzwinge hier. Ein, äh, ähm. Kein Hammer. Talentierter Handwerker kann die sicherlich noch wieder in Schuss bringen. Dann haben wir hier jede Menge Chromes rausgeholt. Aber wie gesagt, hier war auch schon jemand vor uns. Aber dafür, dass jemand hier war, haben wir schon richtig Gas gegeben wieder. Der ganze Eimer ist proppelvoll. Ach, das zeige ich euch mal vernünftig alles jetzt. Komm mal her. Scheiß was drauf. So, den Scheiß hier haben wir hier weggeräumt. Guckt euch das an. Zack, zack. So. Aber jetzt kommt mein Spruch. Guckt euch mal ne anderen Videos an. Klicks und Abos immer gern gesehen. Adios. Ciao, ciao. Goodbye. Tschüss.